Klimaschutz ist Teamarbeit. Es funktioniert nur, wenn alle Beteiligten mitwirken. Dieser Wille ist in Unterschleißheim durchaus vorhanden. Auch wenn man vielleicht den Erfolg nicht gleich sieht, einfach nicht aufzugeben und weiterzumachen. Es fängt an, das Fahrrad zu nutzen, den ÖPNV zu nutzen. Natürlich auch beim täglichen Einkaufen einfach drauf schauen, was kaufe ich denn ein, welche Auswirkungen hat das. Das sind lauter so kleine Beispiele, wo jeder von heute auf morgen dazu beitragen kann. Also der Klimaton ist, das sind alles Aufgaben, die halt gut fürs Klima sind. Die sind auch meistens nicht schwer. Und deswegen ist es so wichtig, dass die jetzige Generation, die wir jetzt unterrichten, dass die Bildung zur Nachhaltigkeit erfahren. Das kann keiner allein machen. Es braucht immer viele, viele Akteure. Das ist einfach kein 100 Meter Lauf, sondern ein Marathonlauf.